Hallo Leute und willkommen zu einer neuen Folge Clash Royale. Also ich habe heute geplant ein Chest Opening zu machen. Ihr seht ja ich habe fleißig gefarmt. Ja, ähm, guck mal, es gibt wieder die gleichen Karten. Ich habe sehr viel Geld, sehr viel Juwelen. Das ist schon mal cool. Also, fangen wir mit einer Gratistruhe an. 63 Gold. Einmal den Grabstein. Sieben mal die Lakaienhorte. 56 Gold. Einmal den Tesla. Und sieben mal den Bomber. Jetzt, jetzt geht's zu den Silberturen. 55 Gold. Sieben mal den Bogenschützen. Einmal den Magier. 47 Gold. 3 Gold. Drei mal den Minenwerfer. Fünfmal die Lakaienhorte. 50 Gold. Einmal den Grabstein. Sieben mal die Speerkobel. dann gehen wir mal zu der grund 371 gold zwei juwelen dreimal tesla 15 mal die sperrkurve 29 mal den knall 30 mal den elektronik 30 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 31 31 32 32 33 35 35 35 36 36 37 38 40 41 41 41 41 42 42 43 43 43 habt ihr das gesehen Das war ein Fehl. Nö, jetzt lass ich dich auch nicht durch. Ja, das war... Ja, das war ein Fehl. 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 Ja, das war ein Fehl.